Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist heute der 9. November und ich habe mich dafür entschieden, für meine Mutter und für Leonie dieses Jahr einen Adventskalender zu machen. Für meine Mama mache ich das eigentlich jedes Jahr, weil sie hat uns schon, seit wir klein sind, jedes Jahr einen Adventskalender selber gemacht. Also das heißt, die befüllt ihn auch immer selber und so. Deswegen, irgendwann habe ich das dann übernommen für meine Mutter zu machen, quasi. Und ja, ich überlege mir da eigentlich jedes Jahr was anderes. Manchmal kaufe ich nur einen, also wo irgendwie sowas mit Kosmetik drin ist. Manchmal befülle ich auch einen und manchmal mache ich einen komplett selber. Und dieses Jahr will ich einen selber machen. Und zwar einfach mit so kleinen Tütchen, wo ich dann für jeden Tag eine Kleinigkeit reinmache. Und auch mit ein paar kleinen Gutscheinen. Für Leonie habe ich mir überlegt, wie ich dieses Jahr das gleiche mache, so als Weihnachtsgeschenk und auch einfach als Überraschung für sie. Weil ich auch einfach extrem dankbar bin für alles, was sie für mich macht und dass sie mich auch immer so unterstützt und so. Und ja, deswegen will ich ihr eine kleine Freude bereiten. Und ja, dafür werde ich jetzt gleich erstmal in die Stadt fahren und ein paar Dinge einkaufen, also auch was ich da reintun will. Und ich bin richtig stolz, dass ich so frühzeitig anfange. Und ja, ich dachte mir, ich filme ein Video darüber. Ich weiß nicht ganz, wann das online kommen wird, weil es kann natürlich erst online kommen, wenn es Leonie schon gegeben hat. Weil ansonsten guckt sie dieses Video an. Und dann wäre die Überraschung kaputt. Und ja, ich dachte, mich filmen das einfach. Vielleicht interessiert es einige und ihr wollt auch irgendjemand überraschen oder ihr guckt meine Videos einfach gerne. Das wäre auch schön. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich werde jetzt erstmal in die Stadt gehen. Okay, Freunde, ich bin zurück zu Hause. Es ist mittlerweile richtig, richtig spät. Es ist schon Viertel nach fünf. Und ja, ich werde euch gleich zeigen, was ich alles gekauft habe. Aber genau, ich habe mega die süßen Sachen gefunden und jetzt, glaube ich, auch relativ viel zusammen. Und ja, ich war übrigens bei Müller, bei DM und ich war noch in so einem Tee-Kaffee-Laden, den es bei uns in der Stadt gibt. Da gibt es immer mega süße Sachen. Da habe ich auch noch ein paar Dinge für meine Mutter gekauft. Ich habe einfach Tee für 10 Euro gekauft. Das reicht mal wieder. Und ich war bei Alnatura dann noch, ganz kurz muss ich erzählen, um Lebensmittel zu kaufen, habe ich Seelachsfilet gekauft. Zwei Seelachsfilets, 10 Euro. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber ja, wir hatten in Geografie jetzt erst Nachhaltigkeit und Aquakulturen und so. Deswegen wollte ich auch schon darauf achten, dass der Fisch jetzt aus einer guten Haltung kommt und nachhaltig ist und so. Aber ja, darum geht es gerade auch nicht. Okay, so sieht das jetzt hier aus. Das ist der Startbifel für meine Mutter. Ich habe dezent den Überblick verloren und viel zu viel gekauft, habe ich das Gefühl. Weil da habe ich halt auch noch so drei Tütchen aus diesem Laden. Und ich habe das Gefühl, es sind mehr als 24 Sachen. Aber ist nicht schlimm. Wenn nicht, dann schenke ich sie einfach zu Weihnachten. I mean, why not? Dann, das ist der Haufen für Leonie. Sieht, finde ich, eigentlich ganz gut aus. Und im DEM, da gab es diese Karten. Weihnachtskalorienzählen. Da dachte ich mir, das kriegt sie auch. Und dann habe ich noch... Das gehört auch dazu. Ich habe auch ein paar Sachen für mich gekauft. Und so insgesamt habe ich hier solche Geschenkanhänger gekauft. Und zwar sind es jeweils 24 Stück. Also perfekt für Mama und Leonie. Und dann noch solche Sticker, dass ich damit die Tüten verschönern kann. Und noch so Glitzerband. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, was ich jeweils gekauft habe. Also als erstes für meine Mutter habe ich hier solche Trüffelmandeln gekauft. Das heißt, das sind so Mandeln in Schokolade. Dann solche Kaffeebohnen in Schokolade. Und den Lieblingstee von meiner Mutter. Und zwar ist das Olong-Tee. Genau, das habe ich eben in diesem Laden bei unserer Stadt gekauft. Ach so, noch so ein kleines Tartufo. Dann habe ich ganz, ganz viele Lakritz-Sachen gekauft, weil, ja, meine Mutter liebt Lakritz. Dann habe ich solche Dolcini-Karamell-Salz gekauft, weil ich finde, das klingt so lecker. Und meine Mutter liebt halt auch so Karamell, so wie ich. Dann einmal so Lindt-Mini-Pralinés. Einmal so Krokantriegel, die mag sie auch richtig gerne. Dann eine Honig-Salz-Mandel-Schokolade. Und eine Rum-Traube-Nuss-Schokolade. Die tue ich zusammen rein und schreibe da drauf, dass es für Papa ist, weil das ist die Lieblingsschokolade von meinem Papa und das von meiner Mama. Einmal so ein Erdnuss-Krokantriegel und ein Cashew-Krokantriegel. Dann noch so eine Mandelschnitte, die mag meine Mutter auch ganz gerne. Und dann nochmal zwei Tafeln Schokolade. Und zwar einmal Niedereckertrüffel mit Cappuccino. Ich denke, das schmeckt ihr ganz gut. Und einmal so eine Vietnam-Edelbitter. Die habe ich eigentlich nur genommen wegen Vietnam. Und wir waren ja mal im Urlaub in Vietnam. Und das war super schön. Deswegen dachte ich mir, ja, die nehmen wir auch noch mit. Dann nochmal Werthas Original. Die werde ich aufteilen. Also Hälfte Leonie, Hälfte Mama, weil die mögen beide. Noch einen anderen Tee gekauft. Und zwar so einen Good-Morning-Tee. Ich fand der sehr ganz schön aus. Servietten mitgenommen vom DRM. Ich fand die ganz süß und auch eine niedliche Idee. Und dann habe ich noch ein paar Beauty-Produkte. Und zwar erstmal eine Pinzette. Und oh mein Gott, wie süß ist bitte dieses Muster mit den... Was sind das für Beeren? Mit den Panda-Beeren. Ich fand es richtig knuffig. Und ich nehme mir halt immer ihre Pinzette weg. Und ja, deswegen schenke ich jetzt eine. Gibt eigentlich keinen Sinn, aber ja. Und ich will dann, dass ich diese mit den Panda-Beeren habe. Und sie kann die Rosane wieder haben. So einen Badezusatz mit Chia-Budger und Pistazie. Und meine Mutter liebt Pistazie, deswegen habe ich das ausgesucht. Und noch eine Portion Liebe. Meine Mutter geht eigentlich gar nicht soft baden, aber ich dachte mir so, ja. Dann habe ich ihr noch eine Anti-Falten-Maske gekauft, weil sie benutzt auch immer so Anti-Falten-Cremes und so. Und dann noch eine Handcreme. Und die Handcreme von Neutrogen hat sie immer. Deswegen habe ich die ausgewählt. Und das ist alles. Dann für Leonie. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Da habe ich ihr auch einmal diese Beauty-Dewer-Drops gekauft. Dann eben diese Karte. Dann Kaugummis, weil sie mal in der Schule immer ist. Dann einen kleinen Lippen-Balsam. Ich habe eigentlich den gesucht, wo sie mir letztens gesagt hat von mir, dass sie den richtig geil findet. Den habe ich aber leider nicht gefunden. Also habe ich den genommen. Dann ein Porridge-in-Schoko-Geschmack, weil ich das ganz cute fand. Dann solche Kokos-Chips mit Kakao-Geschmack. Ich weiß gar nicht, ob sie Kokos mag, aber ich habe es einfach mitgenommen. Dann solche getrockneten Mango, weil wir die ja immer zusammen essen. Dann ein Proteinriegel in der Geschmacksrichtung White Chocolate Lemon ist es, glaube ich. Und den haben wir das erste Mal zusammen probiert. Und den fanden wir beide mega geil. Und noch ein in Peanut Caramel, weil als Leonie und ich uns kennengelernt haben, sage ich mal, hat sie einfach Erdnussbutter und Karamell nicht gemocht. Und das mag sie erst, seitdem sie mich kennt. Deswegen fand ich das ganz cute. Solche Fisherman Friends Beerenmix. Eigentlich hatte ich nach diesen Blueberry gesucht. Die habe ich aber im Müller nicht gefunden. Dann habe ich zuerst die gekauft und dann die im DM noch gefunden. Also hatte ich dann beide. Dann noch so ein Hello... Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Blueberry Muffin. Einmal noch Traumzucker. Da schreibe ich auch irgendwas mit der Schule drauf, dass sie gut durchhält oder so. Keine Ahnung. Dann nochmal diese zwei Textmarker, weil sie immer meinen nimmt. Und ich glaube, den grünen hat sie nicht. Und bei ihrem gelben sagt sie immer, dass der ihr zu gelb ist. Jetzt hat sie auch diesen pastellfarbenen. Dann noch ihren Lieblingskugelschreiber. Sie hat immer diese Kugelschreiber, aber irgendwie war der irgendwann weg. Und dann habe ich ihr den noch geholt. Dann eine süße Lichterkette, weil sie ja umzieht. Für Zimmer dachte ich mir, sei das ganz süß. Und auch wegen dem Umzug eben so eine kleine süße weihnachtliche Kerze. Fand ich auch ganz knuffig. Dann auch für sie noch eine Anti-Pickelmaske, weil sie mich immer voll hält, dass ihre Haut so schlecht ist. Dann noch diesen Fruchtsnack, weil den essen wir auch manchmal zusammen und den Maxi ganz gerne. Und sein Lieblingstee, den wir beide richtig gerne trinken, nämlich New York Chai. Dann noch Hanuta Cookies. Jeder, der das Food-Neuheiten gesehen hat, weiß, dass wir es lieben. Dann noch ein Cola Light wegen Fitness Lifestyle. Und noch einmal dieses Monster Energy Ultraviolet. Schreibe ich auch entweder irgendwas mit leeren drauf oder whatever. Ich lasse mir halt zu allem was einfallen, was ich dazu schreibe, dass es auch Sinn ergibt. Dann habe ich ihr auch noch einen Geschenkgutschein für unser Eiskaffee geholt. Über 5 Euro einfach, weil wir jetzt so gerne zusammen Eis essen gehen. Und ja, das sind alle Sachen, die ich gekauft habe. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, to be honest. Und ich tue das alles in so Tütchen. Und die haben wir noch daheim. Ich hole die mal kurz und zeige die euch. Und zwar sehen die so aus. Also die sind halt wirklich nur weiß. Und dann werde ich die Etiketten, wie gerade schon gesagt, selber machen mit diesen Sternen. Und ja, ich finde es eigentlich ganz süß. Ich werde jetzt gucken, wie viele Sachen ich habe und es dann so zuordnen, was in welche Tüte kommt. Ja, Leute, ich bin so gut. Ich habe das Ganze ja irgendwie blindlings gemacht mit dem Einkaufen. Und ich habe einfach für beide genau 24 Sachen. Ich bin gerade so happy. Und ja, ich habe jetzt erstmal hier diese Sterne aufgeteilt. Also für jeden 24. Und ich habe noch so kleine Mini, wie nennt man die, Wäscheklammern. Und damit werde ich jetzt versuchen, das hier so an die Tüten zu machen. Weil ich will irgendwie zuerst die Tüten designen und dann befüllen. Ich glaube, das ist schlauer. Genau. Und zwar habe ich da einmal noch so lila und so weiß. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die habe ich mir mal irgendwie gekauft, um Bilder aufzuhängen. Habe damit aber nie was gemacht. Und ich werde die jetzt einfach beschriften von 1 bis 24. Und dann in die Tüten packen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe das einfach gerade nur so als Probe gemacht. Und ich finde, das sieht irgendwie voll knuffig aus. Wenn das dann hier so alle sind. Und dann mache ich noch so eine Lichterkette mit in die Box und so. Ach Gott, ist das knuffig. Ich habe mich jetzt auf den Boden gelegt, um das zu machen. Weil, keine Ahnung, will ich gerade irgendwie. Und zwar werde ich jetzt einfach beschriften. Das erste ist fertig. Ich habe noch so Gold- und Silberstifte. Damit kann ich das Ganze ein bisschen verzieren. Das werde ich aber bestimmt nicht bei jedem machen. Weil, ja, ist ja schon so recht viel Arbeit. Guck, da sind die ganzen Sachen, die ich gekauft habe. Nett. Ja, wie findest du, was ich ausgewählt habe? Sehr gut. Würde ich mich freuen. Bist du froh, dass ich das mache? Ja. Guck, so eins und dann... Oh. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Oh, der erste Set Etiketten ist fertig, 1 bis 24 und ich finde, es sieht echt ganz süß aus und das werde ich jetzt alles nochmal machen. Die anderen 24 sind auch fertig und ich finde, sie sehen auch top aus. So Freunde, heute geht es weiter. Ich war noch mit Leonie in der Stand und habe noch solche Handwerber gekauft. Ich habe so getan, als seien die für mich, die sind aber für sie. Hier sind die Sachen für Leonie und unter dem Handtuch die für meine Mutter. Die muss ich verstecken, wenn meine Mutter hier oft reinkommt. Ich habe mir jetzt noch so ein paar Papiere gekauft, einen Müller, wo ich dann draufschreiben kann. So und ich dachte mir, ich zeige euch das jetzt einfach an einem Beispiel, wie ich das jetzt verpacken werde. Und zwar fangen wir mal mit denen hier an, mit den Mangostücken. Und jetzt will ich noch so ein kleines Etikett quasi dran machen. Ich schreibe es hier als den Text drauf und zwar sind es ja diese Mangostücke und die hat sie erst durch mich kennen und lieben gelernt. Und deswegen schreibe ich drauf, weil du sie durch mich kennen und lieben gelernt hast. Das kommt dann da auch noch drauf. Ich hole mal mein Washi-Cat, mein ganzes. Ich finde das hier mit den Sternchen passt ganz gut. Oh, und dann ist unser erstes Tütchen fertig. Ich finde es sieht mega cute aus. Yes. Ich glaube ich klebe es auch da hinten nochmal zu, dass sie da nicht reinlinsen kann. Die gutste. Oh mein Gott, I like it very much. Und das mache ich jetzt mit den ganzen anderen Geschenken auch noch. Oh mein Gott, das ist voll die Arbeit und dann mache ich es ja nochmal für meine Mutter. New York Chai zum Beispiel. Passt ja gar nicht in so eine Tüte. Und den werde ich dann einfach einpacken und dann den Stern draufkleben. Mein kleines Kärtle. Da schreibe ich jetzt ein Beispiel drauf. Ich hoffe, niemand trinkt ihn dir weg, weil Leonie muss ihren Tee immer in ihrem Zimmer aufbewahren, weil ihn sonst ihre Familie wegtrinken würde. Und darüber habe ich mich mal so ein bisschen echauffiert. Und deswegen, ja. So, dann ist auch schon die zweite Nummer fertig. Und das mache ich jetzt einfach mit allen Sachen, die ich gekauft habe. Und ja. Ich zeige euch das jetzt nicht alles, weil das ja auch sehr individuell ist, wie man das dann einpackt und beschuftet und so weiter. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach nur noch das Endergebnis, wenn ich dann fertig bin. Außerdem gucke ich jetzt ein YouTube-Video dabei und ja, will das nicht alles filmen. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Ich bin fertig mit dem ersten Kalender. Ich saß wirklich so lange am Einpacken. Ich habe das voll unterschätzt. Ich hätte niemals gedacht, dass es so lange dauert. Aber ja, so sieht der Spaß jetzt hier aus. Also, genau. Die meisten habe ich wirklich in diese Tütchen verpackt. Nur so drei habe ich in Geschenkpapier verpackt. Und dann habe ich halt immer noch so was Kleines draufgeschrieben. Zumindest auf die meisten. Da habe ich jetzt nichts draufgeschrieben. Und da habe ich draufgeschrieben, fand ich meinen ja so gut. Habe den aber nicht gefunden. Hoffe, der ist auch gut. Und da habe ich so ein Labello reingetan. Oder zum Beispiel, hier habe ich draufgeschrieben, the best for the best, enjoy. Und da sind dann diese Knoppers drin. Oder auf den Eisgutschein habe ich geschrieben, darfst mich dann mal einladen. Happy Nikolaus, mein Love. Was am sechsten ist und so weiter. Ja, so sieht es jetzt aus. So, es ist mittlerweile wieder der nächste Tag. Und ich habe den Adventskalender für meine Mutti fertig gemacht. Jetzt habe ich auch einfach alles so ähnlich eingepackt, wie ich es auch bei Leonie gemacht habe. Und auch eben so kleine Sachen draufgeschrieben. Wie hat mich an unseren Urlaub erinnert, bei der Vietnam-Schokolade oder dein Liebling. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was da drin ist. Auf jeden Fall irgendwie irgendwas, was ich mag. Oder hier auf die Anti-Falten-Maske hast du eigentlich gar nicht nötig. Und so auf die Pinzette, weil ich da immer klaue und so kleine Sprüche habe. Und ja, das werde ich jetzt runterbringen und dort aufbauen. Und ja, es ist gerade erst November, aber es ist mir irgendwie egal. Ich habe keinen Bock, das in meinem Zimmer zu behalten. Deswegen gebe ich sie einfach schon jetzt. So, werde ich das auf diesem kleinen Tisch da aufbauen, wo gerade noch anderes Zeug drauf liegt. So werde ich jetzt direkt drücken. Okay, irgendwie habe ich gedacht, es sieht viel süßer aus. Es sieht irgendwie nicht so schön aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie ich es ändern kann, um ehrlich zu sein. Sieht halt alles nur so dahin gerotzt aus, wie du mir auch nimmst. I don't know. Ich habe ja noch so eine Lichterkette. Also, so sieht jetzt das Endergebnis aus. Ich finde das eigentlich ganz niedlich. Also, ich meine, klar, das ist jetzt eigentlich nur hier so ein bisschen vollgestellt. Aber ja, es sieht doch ganz süß aus. Also, ich finde, das kann sich eigentlich sehen lassen. Und ich denke, sie wird sich sehr darüber freuen. Doch eine Überraschung hier. Was ist eine Überraschung? Nein, das ist hier der Mama. Dabei ist sie heute erst der. Ja, aber ich wollte es dir jetzt schon geben, weil sonst liegt es doch nur in meinem Zimmer. Oh Mann, das hast du aber echt süß gemacht. Schön. Ganz toll, Marike. Eine Überraschung für dich. Oh, das ist hier. Soll ich sie geben? Was? Jetzt wirst du doch mehr schleppen. Es ist richtig cute, okay? Oh Gott, nein. Das habe ich dir gemacht. Was ist das? Wie fest ist das Adventskalender? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie das fühlt sich gerade so. Das ist so süß. Ist doch süß. Weißt du, ich mache doch jedes Jahr meine Mama ein. Und dann dachte ich mir so, weil du auch immer für mich da bist und mich auch immer mit YouTube so unterstützt, dachte ich mir. Oh Gott, meine ist so süß. Mache ich das jetzt als Dankeschön? Oh mein Gott. So süß. Oh mein Gott. Ich habe auch eine Melchior-Kette dazu. Weil eigentlich wollte ich das so süß in dein Zimmer aufstellen und dachte ich mir so, ich komme eh nicht in deine Wohnung. Ja. Da freue ich mich jetzt wirklich mega. Und. Ach, du bist so süß. Oh mein Gott. Hallo Freunde, it's me, the Editing Pro. Wir haben gerade den 28. November und ich bearbeite dieses Video. Ich weiß, es kommt sehr spät und ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwen interessiert hat. Aber ja, ich dachte mir, ich werde es jetzt trotzdem hochladen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und folgt mir auf Instagram. Freue ich mich immer sehr. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye.